Hallo, ich bin der Felix. Ich mache eine Lehre als Scharlangsbauer und Maurer und ich bin jetzt seit einem Monat beim Baumeier. Ich habe die Lehre beim Baumeier ausgewählt, weil die Firma durch meinen Stiefpapa sehr gut empfohlen worden ist und ich war dann einmal ein paar Tage schnuppern da und dann hat es mir richtig gut gefallen und dann habe ich mich für die Lehre beim Baumeier entschieden. Mir gefällt am besten, dass wir jede zweite Woche am Freitag frei haben. Dadurch kann ich auch mit meinen Freien trotzdem noch sehr viel in meiner Freizeit unternehmen und meine Arbeitskollegen sind auch alle recht nicht zu mir.